Ich heiße Brigitte Greimel-Wasner und ich bin Lehrerin an der GIPS. Wenn Schülerinnen plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, sie mit einem Schicksalsschlag oder mit großen familiären Veränderungen leben lernen müssen, dann ist es gut zu wissen, dass es euch Rainbows in Graz gibt. Ich erinnere mich auch gern an eine gemeinsame Aktion, wo wir als GIPS Schulgemeinschaft mit dem Erlöse eines Flohmarkts die Arbeit von euch Rainbows unterstützen durften. Danke, dass ihr für so viele einfach da seid und alles Gute zu eurem Jubiläum und auf viele weitere Jahre.